Ja, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Forest, Staffel 2, Folge 2. Ja, wir haben hier ja angefangen ein kleines Lager zu errichten. Okay. Ah ja, das war eins dieser neuen Effigies. Jetzt müssen wir erst mal auf die Jagd gehen. Und wir haben unsere Sachen noch. Wir haben einen Kopf. Warte mal. So. Machen wir die Stelle mit dem Kopf mal irgendwo hier vorne hin. Zwei Steine brauchen wir noch. Aber wir haben ja schnell zusammengesucht. Wir haben zusammengetragen, mehr gedacht. Ich habe doch eben noch einen Stein gesehen. Ich wusste auch, irgendwo war noch einer. Ja, Bernie. So. Ja, das Lager wird hier noch ein bisschen ausgebaut. Wir haben noch ein paar Stickies schon mal. Waren wir noch? Wir haben noch ein bisschen. Waren wir noch? So, und dann noch einmal so. Ein paar Mollis gemacht. Machen wir mal noch ein paar von denen hier fertig. Am besten hier so. Na, wo waren die da? Rotieren einmal, so. Gucken, gucken, gucken. Ja, acht Minuten nehme ich schon auf. Na, klar, fährt da rein, ich nehme mich schon acht Minuten auf. Sie kraft mal. Gut, vier Minuten. So, nehm. Zwei brauche ich noch von diesen Stickies. Aha. Einen noch. So. Ja, ich weiß, dass ich hungrig bin. Hm, was mache ich jetzt? Wo bin ich jetzt im Wald nach Nahrung? Wo könnte Nahrung sein? Ah. mich auf der nahrung suche zu stören blut gecovert so guck ich mich hier noch mal ein bisschen um ja ich wohne scheiß batterisch hingepackt ja ich habe einen fisch machen wir hier gleich mal ein feuerchen hin macht die mich ein bisschen so das buch noch schmerz machen mal hier mal ein klein feuerchen so Mist jetzt muss ich Sticky suchen gut gut das war ein guter bär ja also nicht wundern wenn ich nichts sage ich konzentriere mich halt so blittern wir zwölf ja und ich bin wieder voller energie okay das heißt also ich darf jetzt einen baum fällen ja dann mach ich das mal ich will das lange hier ein bisschen noch ausbauen noch ausbauen so ich will mir auch eine kleine hütte hier noch irgendwo hin bauen dann deswegen sammeln deswegen sammeln ich schon mal holz an und ich habe ausgerechnet wieviel holz ich also wieviel stimm ich brauche ich brauche ins also wieviel shelter von denen hier ich brauche ins zwölf stück also drei kann ich neun muss ich noch machen ja ich glaube ein baum werde ich jetzt noch fällen so dann mal noch ein lockholder oh ah das war ein frame einbruch ich muss auch vielleicht schon wieder aufhören ich glaube ich jetzt sieben schon da habe ich sieben und hier habe ich nur fünf warte wo sind die das ist eigentlich die zeit wo ich aufhören soll aber ich so wo seid ihr eine schei commission die 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 Ich lasse nicht zu, dass ihr mich verfolgt. Ich mache hier noch schnell einen FG fertig. Ah nee. Nein. So, wo ist die Taschenlampe? Das sind ja schon wieder zwei. Ich glaube die Nachbarn wollen nicht, dass ich gehe. Hm. Also einen Stein brauche ich noch, den ich hier irgendwo sehe. Und ein Kopf, ein Bein. Also wirklich mein ... also ihr habt es ja ... Ich habe die Taschenlampe. Na gut, dann sollte das jetzt gewesen sein, hoffentlich. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Besuch mehr. Wenn doch, dann haben wir hier die Flärgarn. Ja, das war Staffel 2 für dieses Mal. Also, ich breite jetzt schnell ab und mal sehen, was uns dann erwartet. Bis zum nächsten Mal, euer DJ Pautien!